So sah es Ende des 19. Jahrhunderts in vielen Wohnungen in Kassel aus, vor allem in der Altstadt. Es war eng, die Wände waren feucht, die sanitären Verhältnisse katastrophal. Viele Menschen wurden dadurch krank, die schwere Arbeit in den Fabriken machte diesen Zustand nicht besser. Ein Mann wollte diesen gebeutelten Menschen helfen, Heinrich Gossmann. Der Kasseler Naturheilarzt hatte die Idee, dass frische Luft, Bewegung im Freien und Entspannung im Grünen heilend wirken könnten. Und so gründete er 1891 den Naturheilverein Kassel. Dieser Verein besteht bis heute, im Jahr 2016 feierte er 125-jähriges Bestehen. Der Kasseler Filmemacher Werner Kossin hat aus diesem Anlass diese alten Bilder hier aus Archiven und Sammlungen gesucht und eine DVD erstellt, die nun zu kaufen ist. Eine der ersten Einrichtungen des Vereins war das Luftbad Waldwiese, das am Rande des Habichtswaldes lag, oberhalb der Rasenallee. Dort bewegten und erholten sich die Mitglieder auf Gemeinschaftsplätzen. Knapp 40 Jahre nach der Gründung besaß der Naturheilverein außerdem neun Gartenanlagen mit fast 1000 Parzellen. Mit Freibädern, Turnplätzen und Gastwirtschaften. Diese Gärten lagen unter anderem an der Frankfurter Straße in der Südstadt und auf dem Möncheberg im Fasanenhof. Die Bäder und Turnplätze waren mit hohen Bretterzäunen umgeben, um sich gegen neugierige Blicke schützen zu können. Außerdem wurde streng darauf geachtet, dass Männer und Frauen getrennt voneinander Sonnenbäder nahmen und turnten. Der Verein ging noch weiter. Ab dem Jahr 1900 wurden regelmäßig Ferienkolonien für bedürftige Kinder eingerichtet, in denen Mädchen und Jungen verköstigt und betreut wurden, unter anderem hier auf der Schwanenwiese. Die Gärten waren aber nicht nur zur Erholung im Freien gut. Nach dem Ersten Weltkrieg waren Lebensmittel knapp. So nutzten die Vereinsmitglieder ihre Gartenparzellen auch dazu, Obst und Gemüse anzupflanzen. Doch nicht nur Gärten gehörten zum Naturheilverein Kassel. Gründer Heinrich Gossmann baute unter anderem 1894, also drei Jahre nach Vereinsgründung, ein Sanatorium. Das stand dort, wo heute die Seniorenresidenz Augustinum über Kassel thront. Im Sanatorium wurden den Patienten allerlei Behandlungen geboten, etwa Schwachstrombehandlung, Wasserkuren und spezielle Diäten. Das wunderschöne Gebäude wurde in den 1970ern abgerissen. Bis zum nächsten Mal.